Moinsens! Weißt du noch? Weißt du noch? Oh ja, da weiß ich auch noch. Oh ja, oh ja, oh ja, wer hat auch noch dran gedacht hier. Ich hab's nämlich letzt gesehen, ich hab's letzt gesehen, dass du das mal, dass ich da mal gefragt hat. Auf jeden Fall, wir sind hier wieder bei Minecraft LPT natürlich. Ich meine, das seht ja irgendwie jeder. Und irgendwie steht's auch fett im Titel und irgendwie ist es unnötig, das zu sagen. Aber ich sag's trotzdem. Und du, lieber Zombie, geh auf jeden Fall. Ähm, Lars, wann musst du denn morgen früh los? Acht Uhr. Acht Uhr, okay, dann sind wir ja. Ich muss auch erst um neun los. Ja, okay, Melonen haben wir schon mal. Melonen, das ist aber schon mal gut. Melonen ist schon mal immerhin was. Ja, ist eigentlich das. Also Melonen finde ich auch weniger nice. Die bringen zwar nicht so viel Essen, aber die kann man überschnell anpflanzen. Und die wachsen auch relativ geil nach, glaub ich. So, war die Spinne. Na, Spinne, alles klar bei dir. Ja, das... Oh, noch eine. Ey, wie viele Schüsse verträgt in so'n Creeper? Ah, drei. Okay, alles klar. Ist er noch da? Ja, klar, ja, natürlich. Okay, alles klar. Ne, ich hab' mal... Oh, Enderman, Enderman, da hab' ich jetzt keinen Bock drauf. Aber die sind nur aggressiv, wenn man die anguckt, gell? Ja. Ich setz' mir einfach mal nen Kürbis umkommt. Seh' zwar gar nix mehr, aber bobt jetzt nicht. Jetzt kann ich hier wenigstens nur gescheit umgucken. Jetzt sammle doch die Dinger hinein. So, wo ist er denn? Da ist der Enderman. Und da ist der blöde Skelett. Das ist natürlich mega unpraktisch jetzt, dass der genau da ist. Aber zum Glück kann der nicht treffen. Oh, da ist ein Zombie noch hinter mir, hör' ich grad. So, den haben wir mal schön getötet. Und da ist noch ein netter Zombie, der hier wird auch noch draufgehen. Oh, ich brauch's mal wieder, was essen wir, ganz dringend, ganz dringend. Das ist ja was Neues. Ja, ey, ohne Witz, das ist unglaublich, wie viel ich grad essen muss. Ja, jetzt renn' ich auch grad rum. Ja, dann muss ich da wohl oder übel runter zu den Spinnchen, ne? So, komm mal her, liebe Kürbis. Hallo, stirb. Welcher Zombie kommt da? Der Heini? Die zwei Heinis? Ah, egal, die bocken jetzt nicht. Alter. Einerlein schau' ich locker, oder? Ja, komm. Manchmal verziehen die sich ja auch einfach die Deppen. Dreck mich mal. Ich will so'n Ender-Auge, hat er ja gar nix gedoppt, Alter. Ender-Auge musst du machen, Ender-Ender-Perle dann zu finden. Dann halt n' Ender-Perle. Ey, Laber, der Zombie hat das Fleisch in die Hand genommen. Können ja jetzt Sachen aufheben, die Deppen. Der hat grad einfach mein Fleisch weggenommen, der Zombie. Ich glaub, ich hab die ganze Mine jetzt durch, ey. Scheiß, und immer noch keine Kartoffeln, ey. Kartoffeln hab ich noch nie. Moor-Rüben auch nicht, ne? Ne. So, da sind noch Sachen. Alter, ohne Witz, ich seh' hier fast gar nix mit meinem komischen Kürbis auf dem Kopf, aber das ist mir was wichtiger. Weil hier sind grad schon ein paar Enderman. Ja, bei mir waren auch grad ein paar, also, kann sein, dass die, äh, also das, wahrscheinlich, dass davon jetzt immer mehr, so, kann ja sein. Oh, nice. Oh, kacke, jetzt ist wahrscheinlich auch die Sachen verbrannt, egal. Da sind auch ein paar Zombies, die kriegen auch noch was ab hier. Komm her, die laufen voll lahm, weil ich auch. Zombies? Ja? Oder allgemein alles? Ne, ja, eigentlich allgemein alles. Ne, kann auch noch. Oh, Creeper, Creeper, Creeper. Oh, geh weg, Alter. Ich hab echt alles ausgespürt. Ja, hm, dann muss ich, was mach ich denn jetzt? Ich könnte echt mal weggehen, weil ich hab echt so krass viel. Okay, Leute. Den Creeper kriegen wir auch noch locker. Wir müssen nur eben den Bogen da reinmachen, und dann ballern wir den nochmal eben ab. Nice. Diamanten hast du, Lars, oder? Ein paar. Wir haben jetzt noch... Wir haben auch 13 da noch, also ich weiß nicht, wie viele Jungen... Dann haben wir jetzt... Oh, hast du euch da fast wieder runtergejumpt, ey. Wie viel haben wir? 10. Skelett. Eiskalt ein Skelett. So, oh, freie Sicht, Leute, freie Sicht, ich glaub's nicht. Weil, weißt du, weil wenn, dann würde ich halt, also ich brauch schon so eine Eisenrüstung, die würde ich, würde ich dann halt die ganze Zeit verzaubern, weißt du. Also, mit Diamanten. Aber ich hab halt echt, also ich hab auch... ...nicht so viele, also... Na, wie viel hab ich? 11. Ich will jetzt einfach ein Pferd finden. Weil nur Kühe töten ist jetzt auch nicht so spannend. Aber wenigstens hier mal ein Biom, oder zumindest eine Gegend, wo ich noch gar nicht war. Oh, der hat einen verzauberten Bogen. Den hol ich mir natürlich gleich mal. Ja, wir haben ihn. Der Pfeil ist an dem abgeprallt und dann kam erst der Schaden. Klingt logisch. So, was hat er? Ja, Minecraft-Alten. Scheiße, der hat sich nicht gedroppt, den Bogen. Ist aber auch ein Depp, ey. Das ist auch ein Depp. Ja, du wirst jetzt auch mal schön sterben. In der Eisenrüstung kann man aber auch verzaubern, aber... Ich glaub, das bringt nix. 30 Level. Ich hab meine Brust mit 30 Level. Hä, wat? Meine Brust mit 30 Level verzaubert. Eisen. Oder Diamant. Also, manchmal Lass versteht man... Also, ich weiß nicht, ob du schon geantwortet hast, aber manchmal versteht man dich nicht. Ja, bei mir kann man auch nix sagen. Vielleicht ein bisschen die Sache zu hoch reingestellt. Die, ähm... Auto, da... Auto, ein... Audio... Ach, wie heißt denn das Ding? Also, ich weiß das auch nicht, weil... Ja, wollte ich gerade sagen, die Sprache... Ja, genau, das Ding. Die wird echt erst aktiviert, wenn man wirklich richtig... Ja, ja, ich kann hier jetzt auch... Ah, nee, das hört man, ne? Ja, okay, das hört man, aber ich kann hier, was weiß ich... Ich kann hier in der Nase popeln. Und... Was weiß ich machen, und es hört kein Mensch. Ja, das stimmt. Okay, doch, bei mir jetzt schon, weil ich aufnehme, aber... Ja, okay, ja, schon, oh... Haha, ich habe gerade noch Glück gehabt, ne? Gerade noch Glück gehabt. So, komm mal her, Zombie. Wo bist der, da bist der. Dann doch klappt die immer an seinen Ding. So. Alles klar. Also Leder finde ich jetzt ganz gut. Blöderweise... Ist jetzt besser? Kann sein, ja. Also auf jeden Fall hört man nicht jetzt. Lein, aber... Ich würde jetzt mal umgestellt. Ja, ich meine, es ist halt auch immer so, dass man muss es halt, man darf es nicht so hoch einstellen, weil normalerweise auch beim Testen, dann macht man voll oft so, sagt man so voll laut so, test, 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 und im Spiel wird man dann manchmal so müde oder was und so. Ach ja. Ja, oder wenn man auch, allgemein, was mir aufgefallen ist, auch bei was oder so, ne? Kann so, der ist zwar dunkel, weißt du, gar keine, wir haben also gar keine, so kein Feind, sag ich mal, aber wir sind, wir flüstern, das ist total, einfach nur, das ist einfach so, total komisch. Die Atmosphäre da einfach wahrscheinlich. Manchmal bei Desi aber auch. Die Atmosphäre macht es einfach da. Ja. Alter, was ist denn das für eine Landschaft hier, ohne Witz, das habe ich noch nie gesehen, das ist so voll viel Stein auf einer Fläche. Einfach Stein. Bei mir sind das immer so richtig krasse, viereckige Blöcke, wo manchmal kein Block steht. Nein. Was hast du, Lars? Ja, gehört. Karotte. Oh, na, hee. Wo hast du die her? Haltet irgendjemand hier so gedroppt. Ha! Okay, geil. Okay, dann komme ich back. Bessel of Kartoffeln, äh, Karotte erstmal. Weißt du, Dustin sucht es dann nach 10 Pa... Ich meine, du kannst die Kartoffel auch anpflanzen, aber... Eieiei. Ich würde ganz gerne Wasser zumachen, okay. Und lange, ja, okay, ja, ne, ich komme jetzt echt mal back, weil ich habe echt so viele Sachen. Ja, dann sag mir mal die Koordinaten an. Äh, minus 200, 250. Ach, du Scheiße. Okay, erstmal hochbauen, würde ich sagen. Wie ist denn das hier? Ist denn die neue hier? Keine Ahnung. Hm. Müllplan... Oh, ne, doch, die Sachen sind neu hier, die habe ich noch nie gesehen. Hat auf jeden Fall Stil. Okay, komm, machen wir das hier, ja, komm. Ähm... Ferdies, Ferdies, kommt schon. Nee, nicht Zombie, alter. Ach, komm, ich will doch jetzt einfach ein Pferd finden und dann ist gut hier. Öleneingang? Nee, habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Alter, da muss ich erstmal mit dem Pferd Ewigkeit noch zurücklatschen, aber egal, das ist nehmt in Kauf. Hauptsache ich finde ein Pferd, ey. Ich brauche einen Pflok, um die anzumachen, anzuketten oder was weiß ich, wie man das nennen will, gell? Oh ja, genau. Hier, hocharbeiten. Ist denn draußen dunkel oder hell? Dunkel. So, okay, bin ich unbedingt total. Ja, könnte sein, die Nacht ist schon relativ lang hier. Ich sage mal, aber das Schneegeräusch haben sie auch neu gemacht, das klingt echt ganz nice. Das klingt jetzt richtig... Okay, jetzt kommt ehrlich Kies, alter. Okay, das ist nicht gut. Wenn jetzt Kies kommt, ist voll gefährlich. Hallo? Ja, wenn du drunter stehst. Alter, komm. Oh! Nein, 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 nein. Hm. Ha. Ey, ich denke immer, du verreckst gleich, Mann. Ja, so kommt er mir auch vor. Nice, ich habe gleich mal ein paar Hunde. Hunde sind auch geil. Hallo? Okay. Eigentlich war das voll okay, das hat jetzt... Okay, jetzt muss ich... Jetzt komm, fress mir nicht die ganzen Sachen weg. Hier, du kriegst einfach noch so ein Gnadenknochen. So. Sehr schön, Hundi, Hundi, kommt mal mit hier. Also ich habe jetzt zwei Hunde immerhin mal. Das ist doch mal ganz nice, zwar noch keine Pferde. Aber mal wieder Hunde und Kürbis habe ich gefunden, aber die ernte ich jetzt da nicht. Aber genug woanders. Die Hunde spacken da hinten hinterher. Ja, ja. Ist ja gut, alter. So. Ähm. Alter, wo sind denn hier Pferde, Mann? Die sind eigentlich nur auf weiten, weiten Ebenen Flächen, gell? Ja, das ist halt scheiße, dass ich mitten im Wald bin. Ja. So, aber meine Hunde folgen mir immerhin. Hunde sind geil. Ja. Ja, ja, ja. Alle, alle, ja. Ähm. Okay, ja, ich bin angespannt. Ich will jetzt hier nicht so gestalten. Nee, das wäre scheiße. Aber ich würde sagen... Ejo, ja. Ähm. Oh, das ist glätt. Oh, Moment. Nee, ich würde gar nichts sagen. Den töd ich erst. Kommt, Hunde. Zeigt, was ihr könnt. Hopp. Greift den an. Macht den Tod. Oh nein, nicht meine Hunde abschießen, du Depp, Alter. Okay, okay. Hier kann ich erst mal schön nach oben bauen. Das war noch ein Zombie. Ey, wehe, mein Hund ist jetzt tot. Nee, oder? Nee, leben noch beide. Okay, sehr schön. Ich würde sagen, ich töte noch eben Schwein, damit ich ein bisschen Schnitten habe. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Vielleicht überlebt dann das denn bis dahin und findet dann auch mal zurück. Karotten haben wir gefunden. Ich habe Hunde gefunden. Jetzt fehlen noch die Pferde und ein paar Kartoffeln. Dann sind wir eigentlich schon top ausgerüstet. Ich würde sagen, danke. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.